Liebe Stadtküßer, einen schönen guten Tag. Die Düsseldorfer Schützen feiern jedes Jahr den Stephanientag im Gedenken an Stefanie von Hohenzollern-Sigmaringen. Das war die älteste Tochter des Fürsten Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen und sie war 1858 mit dem portugiesischen König verheiratet. Also sie war die Stefanie von Portugal. Stefanie lebte mehrere Jahre in Düsseldorf im Schloss Jägerhof. Sie wird von den Schützen für ihr soziales, großes soziales Engagement sehr verehrt und jedes Jahr an ihrem Todestag, dem 17. Juli 1859, legen Schützenabordnungen Krenz an der großen Allee zum Schloss Jägerhof hin im Hofgarten ab. Dort steht auch eine Büste ihr zum Gedenken. Der sogenannte Engel der Arm wurde nur 22 Jahre alt. Meine neue Frage lautet, wissen Sie, wer der berühmte Düsseldorfer Heinz-Georg Kramm ist? Das war die Worte des Förstens. Die Worte desボakten Düsseldorf ist mit der Worte des 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 Worteches. Untertitelung des ZDF, 2020